Ho 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 meine kleinen Freunde ich bin immer noch ein bisschen krank macht aber nix heute ist ein richtig geiles Spiel dran und zwar kam das am 3. Mai 2016 raus Entwickler sind Chair Entertainment Publisher Epic Games es ist ein Action Plattformer Sidescrawler Einzelspieler ja ich glaube das reicht schon ich glaube das ist ein Shooter ein Action Adventure ist es noch ja aber sonst mehr sage ich dazu nicht das Game ist schon ziemlich geil doch doch also es ist schon ihr solltet zuschlagen es ist geil ich würde sogar selber nehmen haha ich habe es bereits selbst hahaha deswegen weil ich ja weiß dass es so geil ist habe ich das nochmal für euch raus viel Spaß beim raten peace meine Freunde